Wir sind Lachs mit Jens Nyström von Stompit Tutorials und jetzt switchen wir auf Englisch, weil Jens kommt aus Schweden. Jens, warum skierst du? Warum nicht ein typischer schwedischer Sport, wie Hockey oder so? Ich komme aus Schlefte, wir haben eine der besten Eishockey-Teams in Schweden. Und ja, das ist nicht meine Tee, ich liebe Tricks. Denn du kannst immer dich selbst in einer Weise, wie ich finde, dass die meisten Team-Sporten nicht. Was bringt dich zu Lachs? Ja, ich habe Ski Instructing hier in 2010 gearbeitet, mostly gearbeitet mit den Englischen Touristen hier. Und ich liebe Freestyle Skiing und Freestyle Coaching speziell, dass ich viel gemacht habe dann. Und slowly habe ich Videos gemacht, wo ich möchte, was ich mit dem Wissen, all die Wissen, die ich habe über die Jahre von Instructung hier bekommen. Und basically helfen Menschen und inspirieren sie zu versuchen, etwas Neues in eine safe Weise. Das ist gut, safe, das ist sehr gut. Ist es eine spezielle Skiung, die du als freeskier brauchst, als freeskierst du, als freeskierst? Oder nicht? Nein. Ich würde sagen, dass es quasi die gleiche Sache ist. Aber beim Freestyle Skiing, es könnte gut sein, dass es mit mehr Hinweis auf, wie man Dinge in einer safe Weise macht. Weil bei Jumpe, Boxer und Rälen sind gute Plätze, wenn man sich nicht wissen, was man macht. Was ist dein Lieblings Trick? Hast du einen? Mein Lieblings Trick ist wahrscheinlich Kork 9. Du spinnst zwei und ein halb times und dein Körper wunderschönt in den Luft. Mit einem Taillgrab. Mit einem Taillgrab. Ja, genau. Ja, genau. Ja, genau. Sehr gut. Du bist ein Pro. Ja, talk about injuries. Du sagst, safe und all das. Was sind die injuries? Ich denke, dass es viel safer ist, als die Leute denken. Du musst einfach in deinen Limiten bleiben, aber einfach außerhalb der Komfortzone ein bisschen. Und immer die Komfortzone ein bisschen weiter. und immer weiter. Aber langsam. Das ist der Trick. Viele Leute versuchen, zu überstehen, zu überstehen, zu überstehen, zu überstehen, zu überstehen, zu überstehen. Okay. Ich lasse meine Komfortzone heute mit dir. Was ist meine Herausforderung für heute? Oh! Du hast einen einer der Mediemen Jumpte. Beginnen Mediemen Jumpte. Nein. 7.20. Du hast gesagt, dass du noch 15 Jahre alt bist. Ja. Oh, du bist ein wirklicher Schwester. Ja. Ja. Ja, ich bin sicher. Das kann ich sagen. Nein, nein. Wir beginnen mit dem Schritt Nummer 1. Ja. Okay. Danke.